Die Realisierung ist sehr wichtig und logisch. Das ist ein Fremdschirm. Es muss sich hier nicht mehr Bescheid sein. Ich muss die Bühne nicht mehr machen. Vielleicht ist es ein Fremdschirm. Ich hab alles eingebaut. Das ist das Fremdschirm. Das Fremdschirm ist richtig. Fremdschirm ist wie ihr das Fremdschirm machen. Das Fremdschirm ist wichtig. machen. Yes. Hunderttausend. Ist voll. Da geht uns dann ab. Rot und Lila. Entschuldigung, Madonna. Oh, shit. Er, doch hier muss alles in der Kondum rein. Power Boy, ja, nicht mit Und so. Töten! Hier ist es wie so ein Wulff. Was für Experimente veranstalten die hier. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet, konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden, dann hat er irgendetwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefangenen gewandt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot, ich hab's unter Kontrolle. Mach zu den Anschein. Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Tja. Späte Erkenntnis, aber Erkenntnis. Lieber später als nie, ne? Aber... Even enough. Ich könnte das Zielfernrohr erst einmal. Was Would As Save Us Was Us To Us Us Mus Us Ich muss den Strom einschalten. Waschen. Hebel zur Stromsteuerung. Oh Gott. So rechts. Oh, du bist ein Schnull. Ich bin falsch gelaufen. Oh, ich bin falsch. Nein. Nein. Da gab es das bei Martin. Gibt da nicht einer? Warte doch. Meine zweite Stufe. Da wird bestimmt auch rausgekommen, oder? Oh! So, in einem anderen Bauern, Mann, oder? Die ist in ihr, ne? Hmm, so. So, yo. Oh, geil. Ich möchte aber jetzt die Sonne nicht. Ach, warum? Siehst du, jetzt können wir TMP auch wieder brauchen. Gut, jetzt haben wir aber auch mehr Platz. Können wir es verschmerzen? Wischi. Nehmen wir das da wieder. Messer da her. Wischi. 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 so 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 Nein, gibt eigentlich auch nichts bei der Heilung hier unten zum Sorge. Wir sind jetzt hier. Ja. 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 Ja, aber irgendwie der Strom. Geindoo! Das Entschütz war. ich weiß ja alles Ops, loco.